Zahnfleischerkrankungen sind weit verbreitet und kann in ernsthafte Auswirkungen auf die Mundgesundheit haben. Eine regelmaarige Zahnsteinentfernung und Wurzelglattung kann Ihnen dazu beitragen, das Risiko von Zahnfleischerkrankungen zu reduzieren und eine verbesserte Mundgesundheit zu erreichen. In diesem Video werden wir nachher auf die Behandlung von Zahnfleischerkrankungen durch Zahnsteinentfernung und Wurzelglattung eingehen. Zahnsteinentfernung ist ein wichtiger Bestandteil der Mundhygiene und spielt eine entscheidende Rolle bei der Vorbeugung von Zahnfleischerkrankungen. Zahnstein entsteht, wenn sich Plagg, eine klebrige Substanz, die aus Bakterien und Nahrungsresten besteht, an den Zahninen festsetzt und ausschererdet. Wenn dieser Zahnstein nicht regelmaarig entfernt wird, kann er zu Zahnfleischenzaheinviertlendungen, Gingivitis und Parodontitis F1 viertlern. Die Zahnsteinentfernung erfolgt in der Regel bei einem Zahnarztbesuch und wird mit speziellen Instrumenten wie einem Ultraschallgeratee oder Handinstrumenten durch Gefahr 1 viertl HRT. Der Zahnarzt lässt die den Zahnstein von den Zahninen und reinigt sie GAA 1 viertlendlich, um die Enzaheinviertelndung des Zahnfleisches zu reduzieren und das Risiko von Zahnfleischerkrankungen zu minimieren. Nach der Zahnsteinentfernung ist es wichtig, regelmaarig zu putzen, zu Floss und zu Spa 1 viertl LEN, um eine optimale Mundhygiene aufrecht zu erhalten. Wurzelglattung ist ein weiterer wichtiger Bestandteil der Behandlung von Zahnfleischerkrankungen, insbesondere bei fortgeschrittener Parodontitis. Bei der Wurzelglattung entfernt der Zahnarzt Ablagerungen und Bakterien von der Wurzeloberflatschi der Z.A. Näh, um Enzaheinviertlendungen zu reduzieren und den Heilungsprozess zu FAR'n. Dieser Eingriff kann auch dazu beitragen, tiefe Zahnfleischtaschen zu reduzieren und die Zahnfleischgesundheit zu verbessern. Während die Zahnsteinentfernung meist schmerzfrei ist, kann die Wurzelglattung etwas unangenehm sein und in einigen F-Alen wird eine artliche Beta-Ubung benerticht. Nach der Wurzelglattung kann es zu leichten Schwellungen und Beschwerden kommen, die jedoch in der Regel schnell abklingen. Es ist wichtig, die Anweisungen des Zahnarztes zur Nachsorge genau zu befolgen, um einen erfolgreichen Heilungsprozess zu gewahre leisten. Die regelmaarige Zahnsteinentfernung und Wurzelglattung sind entscheidend F-Ainviertel eher die Erhaltung einer guten Mundgesundheit und zur Vorbeugung von Zahnfleischerkrankungen. Es wird empfohlen, alle sechs Monate einen Zahnarztbesuch zu vereinbaren, um Zahnstein zu entfernen und die Zahnfleischgesundheit zu A-Ainviertel bewachen. In einigen F-Alen kann Ihnen auch zusätzliche Meinnahmen wie eine Parodontaltherapie erforderlich sein, um fortgeschrittene Zahnfleischerkrankungen zu behandeln. Es ist wichtig, fra ein Viertel zeitig auf Anzeichen von Zahnfleischerkrankungen zu achten, wie Zahnfleischbluten, Schwellungen, Ratungen oder Zahnfleischra ein Viertel-CKG und rechtzeitig einen Zahnarzt aufzusuchen. Eine gute Mundhygiene, einschlieeilich regelmaarigem Z-Ani-Putzen, Zahnseide und Mundspareinfiertelung kann ebenfalls dazu beitragen, das Risiko von Zahnfleischerkrankungen zu reduzieren. Insgesamt ist die Behandlung von Zahnfleischerkrankungen durch Zahnsteinentfernung und Wurzelglattung ein wichtiger Schritt zur Erhaltung einer optimalen Mundgesundheit. Es ist entscheidend, regelmaarige Zahnarztbesuche einzuhalten und eine gute Mundhygienepraxis zu pflegen, um das Risiko von Zahnfleischerkrankungen zu minimieren und ein strahlendes Latzschellen zu bewahren.